wir wollten jetzt heute zum king's canyon fahren zum sonnenaufgang und dann ist heute irgendwie der pechtag erst mal ist der mutter nicht morgens angesprungen und jetzt haben wir kein sprit mehr und jetzt stelle ich hier mitten im nichts und warten darauf dass ein auto anhält und mir helfen kann das könnte dein ende sein meinst du es kommt ein auto so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020